Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch nochmal über das Thema Pappninja sprechen. Ich hatte ja bereits schon mal über das Tool ein Video vor einigen Monaten gemacht, bloß jetzt weiß ich endlich mehr und ich zeige euch mal ein paar weitere Details, die für euch sicherlich ganz interessant sein könnten. Es handelt sich dabei nämlich um ein Tool, mit dem ihr eure eigene Plattform bauen könnt und diese sofort monetarisieren könnt. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns gleich an. Bevor ich jedoch mit dem heutigen Tutorial starte, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung an euch. Nämlich den Kanal Woa Tutorials, er macht Videos rund ums Thema YouTube. Also beispielsweise, wie ihr auf YouTube schneller wachsen könnt, wie ihr mit YouTube Geld verdienen könnt und vor allen Dingen hat er auch ein eigenes Coaching-Programm, in dem er Leuten genau das zeigt. Das heißt, wie sie die maximalen Einnahmen über YouTube generieren können und wie sie vor allen Dingen auch schnell auf YouTube wachsen. Seinen Kanal kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich habe euch mal den Kanal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn abonnieren könntet. Ich selbst bin auch bereits ein Abonnent von seinem Kanal und kann die Tutorials wirklich empfehlen. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu seinem Kanal. Gut, kommen wir dann aber zum eigentlichen Thema vom heutigen Tutorial. Es soll ja heute hier in diesem Video um das Tool PubNinja gehen. Ich hatte wie gesagt schon mal zu diesem Thema hier ein Tutorial gemacht und ich muss ehrlich zugeben, dass ich immer noch sehr, sehr fasziniert von PubNinja bin. Ich hatte damals ein Tutorial zum Thema gemacht, als PubNinja exakt 43 User hatte. Einer von diesen Usern war ich. Heute ist PubNinja ziemlich groß geworden, hat viele, viele internationale Stars, die auch PubNinja verwenden. Und ich möchte euch genau zeigen, wie dieses Tool hier funktioniert und wie ihr damit eine eigene monetarisierte Plattform aufbauen könnt. Okay, fangen wir zuallererst mit dem Grundlegenden an. Was genau ist denn eigentlich PubNinja? Also es ist praktisch einfach nur ein Tool, mit dem ihr eure eigene Webseite erstellen könnt und dann könnt ihr damit praktisch Folgendes machen. Nämlich ihr könnt auf der Webseite zum Beispiel Blogartikel publizieren oder Videos publizieren oder zum Beispiel auch Stories richtig posten, so wie ihr das zum Beispiel von Instagram kennt. Und die Plattform PubNinja schaltet automatisiert Werbung. Das heißt, sie schalten automatisiert Werbung in deinem Blog, in deinen Videos, in deinen Stories, übrigens auch in deiner Musik, wenn du Musik hochlädst und so weiter und so fort. Das heißt, wenn du beispielsweise halt ein Artist, ein Künstler bist, kannst du die Plattform verwenden oder wenn du halt ein Educator bist und zum Beispiel auch irgendwelche Kurse anbieten möchtest, aber du möchtest sie nicht zwingend verkaufen. Du kannst sie auch verkaufen, aber du möchtest vielleicht nicht sie zwingend verkaufen, sondern möchtest halt einfach nur mit Werbung Geld verdienen oder vielleicht bist du ein Trainer und du gibst irgendwelche Live-Classes oder so, dann könnte definitiv PubNinja etwas für dich sein. Das Ganze soll hier keine Werbung sein. Ich bin nicht von PubNinja gesponsert. Ich bin aber ein großer Fan davon. Und hier seht ihr es auch, alle möglichen Stars benutzen praktisch schon PubNinja und viele verdienen damit richtig, richtig viel Geld. Ihr habt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, eure eigene Webseite zu monetarisieren, nämlich ihr könnt zum einen praktisch Werbung schalten, das heißt, PubNinja schaltet dann für euch Werbung. Sagen wir mal, ihr publiziert zum Beispiel kostenfreie Blogartikel oder irgendwelche Videos oder was auch immer, dann packt PubNinja da automatisiert Werbung rein und ihr erhaltet dann, wie bei YouTube, eine bestimmte CPM, also einen bestimmten Betrag für, sag ich jetzt mal, das Geld, sag ich jetzt mal, ja, oder ihr kriegt einen bestimmten Betrag, sag ich jetzt mal, für die Werbung, die tatsächlich auf eurer Blogseite oder auf eurer Website angezeigt wird. Es gibt aber noch eine weitere Option und die beiden Optionen können übrigens auch simultan funktionieren, das heißt zur selben Zeit, nämlich ihr könnt natürlich auch monatliche Mitgliedschaften anbieten oder könnt auch Dinge hinter eine Paywall tun. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch, sagen wir mal, eine monatliche Mitgliedschaft zu irgendwelchem speziellen Content anbieten und nehmt dafür, sagen wir mal, 10 Dollar oder 10 Euro oder was auch immer am Monat. Das sind auf jeden Fall auch nochmal die beiden Möglichkeiten, die ihr hier habt. Zuallererst müsst ihr natürlich euch anmelden, das heißt, in eurem Falle, wie gesagt, Sign-up klicken und sobald ihr es getan habt, seid ihr dann praktisch in eurem Account drin. Und so sieht das Ganze hier aus. Wir können jederzeit zum Beispiel einen neuen Artikel hinzufügen oder halt ein neues Video hochladen, ein neues Bild hochladen oder wir können auch Audio hochladen. Und dann habt ihr praktisch eure eigenen Plattformen, zum Beispiel in meinem Falle ist es leonschotari.pubninja.com und dort habt ihr dann euren unterschiedlichen Content, zum Beispiel, sagen wir mal, diesen Content hier, das ist ein Video plus praktisch Artikel und Pubninja schaltet dann automatisiert Werbung. Und zum Beispiel hier würde jetzt gleich praktisch das Video starten, dann haben wir darunter einen kurzen, ja, ein bisschen Text, sage ich jetzt mal und in diesem Video würde dann praktisch Werbung auftauchen. Dasselbe gilt dann auch für solche Artikel hier, das ist einfach nur so ein kleiner Artikel, den ich mal beispielhaft hier zusammen gefasst habe und da steht dann einfach nur 5 Strategien, um Geld ohne Reichweite zu verdienen und dann hier so ein paar Punkte und dann wird hier praktisch Werbung integriert, wenn ich diese Seite hier publiziere. Und wenn ich jetzt einen neuen, sag ich mal, neuen Content hinzufügen möchte, klicke ich einfach nur hier auf Add Article zum Beispiel, dann kann ich jetzt hier einen Artikel hinzufügen. Wir können hier mal so ein kleines Beispiel machen. Das dauert jetzt erst mal ein paar Sekunden, bis das Ganze geladen hat und jetzt können wir hier erstmal einen Titel eingeben. Zum Beispiel sagen wir mal, immer wieder, wir können es ja so nennen wie dieses YouTube-Video hier, nehme ich zum Beispiel immer wieder, sagen wir mal, drei Euro, also praktisch drei Cent mit Pub Ninja verdienen und dann hier in der Summary, so verdienst du durch Werbung mit Pub Ninja Geld. Zum Beispiel, wie komme ich übrigens auch auf diese drei Cent, wenn du zum Beispiel eine CPM von 30 Euro hast, kriegst du praktisch pro Klick drei Cent, wenn du halt eine CPM von irgendwie 10 Euro oder sowas hast, dann natürlich nur einen Cent pro Klick und so weiter und so fort. Genau, jetzt können wir hier einen Text hinzufügen, zum Beispiel, so kannst du, kannst du Geld mit Pub Ninja, Pub Ninja verdienen und dann zum Beispiel erster Punkt, zweiter Punkt, dritter Punkt und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt damit fertig bin, dann klicke ich einfach hier unten auf Next. Ich kann auch, wenn ich möchte, ein Thumbnail hier hochladen. Wahrscheinlich seht ihr das nicht, weil jetzt gerade, wie gesagt, ich hier davor bin. Aber hier steht Set Thumbnail, das heißt, ich kann hier auch jede Zeit ein Foto hochladen, was dann praktisch so aussieht, wie hier, nämlich dann gibt es dieses Foto und wenn Leute draufklicken, können sie dann halt zum Artikel kommen und dann klicke ich hier auf Next. Anschließend dann kann ich jetzt hier nochmal die Sektion bestimmen. Zum Beispiel in meinem Falle habe ich jetzt hier die Sektion Geld verdienen. Ich kann aber auch weitere Sektionen hinzufügen, also, sage ich jetzt mal, Kategorien. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier draufklicken, Add Section und könnte hier, sagen wir mal, Pub Ninja als eine Sektion eingeben. Anschließend dann klicke ich auf OK und jetzt habe ich hier eine weitere Sektion hinzugefügt und da kann ich dann jetzt auch weitere Artikel drunter listen. Das heißt, wenn ich jetzt weitere Artikel zum Thema Pub Ninja publiziere, dann könnte ich halt hier immer auf die Kategorie draufgehen, könnte Pub Ninja anklicken und dann wäre ich damit durch. So, jetzt kann ich also hier auf Publish klicken, jetzt wird dieser Artikel hier publiziert. Wir können, wir möchten auch hier auf Preview klicken und uns das Ganze schon mal im Vorhinein anschauen. Wenn nicht, dann sehen wir jetzt gleich unseren fertigen Artikel, der tatsächlich auf unserer Plattform publiziert wird. So, warten wir noch ein paar Sekunden, dann soll das gleich kommen. Perfekt. Nämlich, Article Published Successfully hat also alles funktioniert und jetzt können wir gleich mal auf diesen Artikel draufklicken. Er sollte aber auch hier angezeigt werden, wenn wir auf die Hauptseite von unserem Pub Ninja, von unserer Pub Ninja Webseite gehen und da haben wir es auch schon immer wieder 0,03 Euro, also praktisch 3 Cent mit Pub Ninja verdienen. Da können wir draufklicken und dann haben wir jetzt diesen Artikel hier publiziert und der Artikel ist bereits monetarisiert. Das heißt, wenn jetzt Leute hier zum Beispiel auf diesen Artikel draufgehen und sich ihn anschauen, dann erhalte ich dafür Geld, wenn ich bereits Werbung schalten würde. Ich habe das bisher noch ausgemacht. So, dann kann ich, wenn ich möchte, hier auch jederzeit Livestreams machen. Das heißt, ich kann auch hier auf New Live Video klicken und dann kann ich einen eigenen Livestream hier über die Plattform machen. Ich kann zum Beispiel auch Produkte anbieten, indem ich hier auf Products klicke und dann kann ich einfach hier auf Add Product klicken und dann kann ich so einen kleinen Shop zum Beispiel erstellen innerhalb von Pub Ninja. Übrigens, das Ganze hier ist komplett umsonst und ich kann natürlich dann auch hier E-Mail Marketing betreiben und kann die Leute targetieren, die halt, sag ich jetzt mal, bei mir zum Beispiel uns oder mir ihre E-Mail Adresse geben haben. Nämlich hier auf der Pub Ninja Seite gibt es auch eine Sign-Up Form. Gucken wir mal. Nämlich zum einen für die Leute, die sich überhaupt bei uns einloggen oder die Leute, die uns einfach ihre E-Mail Adresse geben wollen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel auf Sign-In klicken und dann sich einen Account auf meinem Pub Ninja Account machen, dann, wie gesagt, kriege ich ja hier eine E-Mail Adresse und kann dann auch E-Mail Marketing betreiben und kann an diese Leute E-Mails rausschicken. Und so einfach funktioniert das Ganze. Ich kann ja hier oben jederzeit auf See Earnings klicken, kann mir dann anschauen, wie viel Geld ich verdient habe. Natürlich in meinem Falle, das ist jetzt hier noch ein Test-Account. Ich habe damit noch kein Geld verdient. Könnte aber, wie gesagt, mir das Ganze hier anschauen, wenn ich das möchte und kann dann hier halt sehen, aha, so und so viel Geld habe ich über die jeweiligen Tage verdient. So und so viel Geld kann ich mir dann auch ausbezahlen lassen und wir können zum Beispiel die Auszahlung vornehmen, soweit ich weiß, via PayPal oder halt zum Beispiel auch via Überweisung. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Also PayPal müsste es auf jeden Fall geben, aber die Überweisung bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Könnte aber gut sein. Genau, das sind hier die unterschiedlichen Optionen, vielleicht jetzt mal monatliche Mitgliedschaften. Wir können auch Produkte verkaufen, die wir halt One-Time verkaufen, wie zum Beispiel einen einmaligen Verkauf von einem Online-Kurs oder einem Coaching oder was auch immer. Und ich kann auch natürlich Geld mit Ads verdienen, also mit Werbung. So einfach geht das Ganze. Wenn ihr mehr über das Thema wissen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal, weil ich werde definitiv nochmal einiges an Videos zu diesem Thema hier abdrehen oder bucht euch auch gerne ein persönliches Coaching mit mir. Da können wir gerne über solche Themen und viele, viele andere Themen sprechen. Ein Link zu meinem Coaching-Programm befindet sich in der Videobeschreibung drin. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.